Wohnen Sie hier in der Gegend? Ja. Ich wollte Leute fragen, was Sie hier für Miete zahlen. Ich bezahle über 700 Euro. Sehr schön, dass Sie hier unten sitzen haben. Meine Nachbarin deswegen. Ah, okay. Wir kennen uns, ja. Ihr habt ja ein Zimmer beruhigt. Welche Miete zahlt ihr? Das weiß ich nicht, weil ich zahle die ja nicht. Ach so. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Darf ich Ihnen was Kleines zurückgeben dafür? Kommt drauf an. Ich suche Leuten, denen ich die Monatsmiete zahlen kann. Ich könnte Ihnen 600 Euro geben und Ihnen 400 und dann hätten Sie die Miete. Sie sind beide so sympathisch. Wir sind uns auch sympathisch. Und wenn Sie 400 Euro gebrauchen können, ja, aber dann nehmen Sie doch das Geld. Wirklich? Ja, ich bin heute nur dafür hergekommen und Sie können das auch. Ist das kein Scherz? Nein, ist kein Scherz. Aber man hilft uns mal. Geld einfach. Einfach für Sie. Das ist mir ja noch nie passiert. Das ist unglaublich. Vielen Dank. Ganz einen schönen Tag und viel Spaß. Ich hoffe, ihr reicht noch viele Menschen, dass es so wirklich gut tut.